Die Werke zweier internationaler Kunstgrößen sind in der aktuellen Ausstellung der Kästner Gesellschaft zu sehen. Bildhauer Tony Craig und Fotokünstler Louis Boltz teilen sich die Räume des Kunstvereins, in denen parallel Arbeiten aus deren bisheriger Schaffenszeit präsentiert werden. Darunter auch Klassiker wie die fotografischen Serien The Prototype Works und The New Industrial Parks near Irvine, California, mit denen der Konzeptkünstler-Boards in den 70er Jahren bekannt wurde. Die Schwarz-Weiß-Fotografien des Amerikaners gelten als sachliche und nüchterne Abbildungen der durch die Nachkriegskonjunktur geprägten kalifornischen Landschaften. Brache Gegenden, Gebäude und Industrieanlagen sind die Motive der Werke. Der Blick darauf, geprägt von Skepsis. Ich möchte mit meiner Arbeit nie Propaganda betreiben, eine bestimmte Sicht der Dinge zum Ausdruck bringen oder den Betrachter aufzwingen. Was ich aber beabsichtige, ist anzuregen, dass Fragen gestellt werden. Ich denke, dass es sehr viele Dinge in unserer modernen Welt gibt, die davon profitieren würden, wenn man dazu ein paar ernsthafte Fragen stellen würde. Der aggressive und autokratische Zustand des späten Kapitalismus, die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich und die ständig präsente Schwierigkeit unseres kontinuierlich schlechter werdenden parasitären Umgangs mit der physikalischen Umwelt. Die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt bringt auch Kollege Craig in seinen Werken zum Ausdruck. Der vielfach prämierte und weltweit bekannte Bildhauer liebt heute in Deutschland. Bereits 1985 wurden die Skulpturen des Künstlers in der Kästner Gesellschaft präsentiert. Damals wie heute prägt das Interesse an der Wissenschaft die Arbeit des Bildhauers. Also ich bin nicht irgendjemand, der einfach da sitzt und grübelt, wie die Arbeit aussehen muss und so weiter. Und ich habe einen Arbeitsprozess, den ich so eine Art beschreibe als Denken mit Material. Also ich finde es unheimlich wichtig, dass ich Material in der Hand habe und dass ich dann etwas erwerke mit diesem Material. Die Materialien, mit denen Craig arbeitet, sind vielfältig, ebenso wie seine Kunstwerke, die zusammen mit den Fotografien von Louis Bolz noch bis 4. November in der Kästner Gesellschaft und der Nord-LB zu sehen sein werden. ausdecken Untertitelung des ZDF, 2020